Herzlich Willkommen bei H&P Touristik hier im Naturerlebnisdorf Stammsried. Die Ferienanlage liegt auf einem sanft abfallenden Hügelrücken, direkt am Waldrand. 25 komfortabel eingerichtete Blockhäuser bieten jeweils bis zu 5 Personen Platz. Stammsried gehört zum Landkreis Cham und zur Tourismusregion Naturpark Oberer Bayerischer Wald. Der malerische Ort liegt hoch über dem Regental. Die Pfarrkirche, der Marktplatz, das Barockschloss und der im 17. Jahrhundert angelegte Schlosspark prägen das Ortsbild. In der Ortschaft Arnbruck, direkt auf der Glasstraße gelegen, befindet sich das Glasdorf Weinfurtner. Hier kann man die Kunst der Glasverarbeitung aus nächster Nähe erleben. Alles wird handgemacht. Zurück in Stammsried lädt das Naturbad zur Abkühlung ein. Das Wasser wird nicht mit Chlor, sondern mit einem aufwendigen, natürlichen Filterprozess gereinigt. Das Besondere? H- und P-Gäste haben freien Eintritt. Lassen Sie sich nach einem langen Tag im Feriendorf verwöhnen. Genießen Sie doch nach der Sauna eine Massage. Zum Abschluss eines Ferientages empfehlen wir die gute Küche des Bayerischen Waldes. In direkter Nachbarschaft zum Feriendorf befindet sich die Burgruine Kürnburg, erbaut 1346. Die Burgruine wurde umfassend saniert und ist als Aussichtspunkt frei zugänglich. Buchen Sie Ihren Urlaub in Stammsried. Aber nur mit H- und P-Touristik.